Wollen wir in deren Party? Lass mal machen, ja. Die mögen mich bestimmt. Mit meinem NK. Let's go. Ja, ich join gleich nach. Hast du's schon? Oh. Joinst du? Eigentlich hab ich gar keinen Bock gehabt. Failed to join room. Try again later. Nein. Ja. Ja. Das kann nicht nachjoinen. Ja, verlass einfach. Okay, warte ich mal noch ein Typ. Digga, eigentlich gar keinen Bock auf die geiler Dörten. Ja, egal. Lass, Alter. Benden, go go. Ich gehe okay? Ich meine, sie hat bei mir immer ein Handcam gemacht und sagt trotzdem, dass ich... Ja, jützt mich nicht. Komm mir hin. Wurde ich? eigentlich war nur einmal besser draußen. Dann Mars, Icebreaker, Black Shark, Cold Peak, also Marathon und Haku sowie auch immer. Anubis wurde tatsächlich rausgenommen. Finde ich ein bisschen schade, aber egal, was soll man machen. Okay. Ich trau mich zwar noch nicht, aber hey. Ich trau mich zwar noch nicht, aber hey. Ich trau mich schlecht. Wir gehen Zeit leichter. Die brauchen noch zwei Leute. Die brauchen zwei Leute. Ja, dann musst du aber einen laden, weil du hast ja ANDER als Freund. Ja, dir fehlt halt die geiler Dörten, aber egal. Ja, wow. Ja, das was ich auch. Eigentlich kann ich das nicht machen, ich meine, come on. Die sagen alle, dass ich ja mit ein Kay bin und die Typen sind irgendwie absolut low. Was? Ja, das weiß ich auch. Streamt ihr eigentlich immer noch? Ja. Da muss ich erstmal reingucken. Erstmal Werbung, genau. Komm schon, dann bringen wir jetzt schon wieder auf Brand 1. Ja, was los? Ich und Zocky, also der Typ hier, wir wollen Hellstorm XXX, Tyler Durden und Tabsy in die Party joinen und dann mit den Ranked spielen. Aber die sind halt, naja, wie sagt man, Tyler Durden oder HKA die geile Durden, die hat eine 05er KD, MPX only quasi, oder halt only OP-Waffen des Todes. Und trotzdem mega scheiße. Hellstorm, ja, ich weiß auch nicht, was mit dem anzufangen ist. Du kannst es halt schon mal angucken, das stimmt gerade auch. An 1 auf 1 auf 1. Ja, ja, der ist hier von Rang 1, 10 loses in Folge erstmal und dann ist er auf Rang 9 sogar runtergegangen. Wie kann man so schlecht sein? Und dann spielt ihr noch mit Tabsy? Ich weiß nicht, vielleicht war der MNK, bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich ja nicht, weil ich eh schätze. So was kann. Sag auch, dass jeder MNK ist. Aber. Ja. Meistens hab ich dann nicht recht. Also wird dann nur becarried. Ja, kann man so sagen. Komm rein. Das Ding ist, die werden mich nie in Pegisal reinlassen wollen. Wie mit denen gibt's denn? Oh, wie geil. Komm jetzt einfach rein, Ben. Ich kann mich da nicht zusammenreißen, nein. Ich werd nur nacken. Ich werd nur nacken. Ich lag auch immer da. Ich kann nicht. Es geht nicht. Warn ich, Ben. Ja, zum Glück guckt er nicht den Stream oder so. Komm schon. Ja, es fängt alles an zu lenken, da hat er recht. Bitte, Ben. Bitte. 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 Es ist eine andere Seite. Alter, du kannst mir erzählen, dass der so aimt, Alter. Niemals, niemals. Alter, Triple Chest, hinten Slide. Ah, na klar, Traktor. Och, ey, ich okay. Und ich okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh ja, spawn. Also unser spawn. Geht Traktor. Alter Junge, jetzt hör doch auf. Das geht mir so auf die Nüsse, solche Mitspieler, ey, wirklich. Äh, Steinbrücke. Und Spot. Hab ich. Nee, it hits Redcar. Instant Toad, alter. Bluecar ist er jetzt bei den Kisten hinten. Ja, klar. Unwichtig. Alter, ich krieg keinen Anfall, wenn das nicht aufhört zu lecken hier. Ich bin fast fulver, alter. Und ich lag wie scheiße. Bluecar hab ich. Okay. 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 Ich hasse es, diese Randi. wieder nade hits, red car blue car alter, der stirbt nicht alter, blue car, ihr holzkisten wieder auf long das ist gut wenn du es hast, wollen sie es auf jeden fall erstmal, aber später dann nicht mehr ja, brauchte ich noch zwei Leute wieso wieso doch ich habe auch keinen von den beiden auf der F ja dann hätte ich mal Okay. Aber der Hater ist nicht in der Party, oder? Der Hater. Ja, aber ich spiel mit meinem anderen Account. Alter, ich krieg ne Macke hier. Nööö, nein. Das war aber schon mal, ne? Ja, dann muss ich jetzt am Ende, wenn ich im Gamer bin. Ich weiß, ich glaub man ist vielleicht auch voll. Ah ne, doch nicht. Ich glaub an eine. Pass auf, ich älte jetzt einfach alle her. Ja. Ich bin doch grad dabei. Ich seh schon, dann werde ich mit Madden. Jetzt hör ich mich wieder bubbled, Alter. Und tschüss. Ich glaub, ich lade einmal schon. Ich höre später auf! Ich höre hier. Ich höre. Vielen Dank. 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 Oh, ich krieg ne Macke. I'm not doing spawn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist ein Witz. Negative. Das ist ein Witz. Bewegt es um den Weg zu erinnern. Blendete. Es ist dann in den Weg. Ich verstehe. Nein, nicht mehr. Ich verstehe. Nein, nicht mehr. Schau mal! Schau mal! Bereit! Keine Zeit! Schau mal! Grenade! 1 zu 6 Stark Alter, dieses... Es ist eine Frontierer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ich setz aus. Ich bin gerade... Ich habe gerade keinen Bock. Also diese Runde, die geht mir auf dieses... Ich bin gerade... 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 Rund los, die Bombe wurde diffuset. Die Bombe braucht disabling. Rund start. Ich bin so schlecht mit einem Clay-Mod zu treffen. Ich weiß nicht, ich finde es hat 650 RPM. Ja. Ahhhh, die Imple? Okay, go on. Scheiße Das ist echt Wir füllen die Bombe. Vielen Dank. 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 Ah, natürlich. I don't know. Ach, brüder. Wo sterben denn die alle hier? Blue wall, alter. Blue wall, alter. Oh, okay. Roger. Roger. I don't know. I don't know. I think. I think there's one. I don't know. I don't know. wieder ja 3 wer ist da? 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 13 14 15 15 15 willst du mich verarschen? ich... Alter ... 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 niemals erste flash oder so wovor ich hab's geahnt mann da sollst du ruhig bleiben bei dem spiel alter ich krieg einen anfall zick zack und im graben unten die 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 bombe läuft trotzdem auf eins ich konnte mich nicht bewegen was macht er denn im spawn okay okay also sind gerade drei leute gestorben ich habe nicht einfach gehört wo jemand ist da ist doch nicht normal ich bin wieder raus ich habe keinen bock mehr ich sollte lieber nur ein zwei runden aussetzen sonst macht ich bin heute wieder sehr 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 gut drauf ich bin mega gut drauf ich habe heute schon jemanden die nase gebrochen das nächste was bricht ist mein kontroller ja gut so gefällt mir das doch ja 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 Digger, das kannst du dir doch nicht geben mit denen, NEIN! Das Ding ins MNK Hunter, ich spiel seit 3 Wochen. Ich habe zwar 400€ für diesen Account schon ausgegeben und habe MNK und Rapidfire, was weiß ich, aber musste meinen Controller lassen. Der ist ja trotzdem scheiße. Digger, NEIN! Wir sind auch noch im Projekt Haus drin. Einmal Pro, immer Pro. Einmal raus, immer raus. Das Ding ist, der eine hieß auch noch Hacker X Pro. Der war so scheiße. Der ist nix von Hacker, der ist nix von Pro. Aber von deinem Gegenteil. Das ist es halt. Der ist der most legit player in der gesamten Welt. Da waren wir an den Kampf, wo der dich schlagen hat. Was war das? Da gab es... Ich wäre schon tausendmal gestorben. Ich hätte nie die Möglichkeit gehabt, einmal zuzuschlagen. Nix von Hacker X Pro, nicht mehr. Ah, nein, 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 nein. Nie wieder, mit denen nie wieder. Nein, ich verstehe mittlerweile, wieso der Typ auf 9 DRanked ist. Ich meine, der Hellstorm ist jetzt an sich nicht der schlechteste, aber mit denen er spielt. Oh nein! Oh nein, Digga. Das Ding ist, hast du sein ein Gesichtsausdruck gesehen, wo ich den Double Headshot da gemacht habe und dann direkt auf den nächsten Gegner geschlägt bin, aber den dann nicht bekommen habe. Der hat immer so nix gesehen. Ja, das ist doch normal. Ja, das ist halt einfach. Kein Wunder, warum der D-Rainty oder was? Ja, das meine ich, ja. Ach so, du versuchst ihn jetzt zum Stream-Sniper mal. Ja, natürlich. Ich schreie es. Ich will dann aber auch hören, was die sagen. Warum spielen wir denn jetzt gegen die? Ja, das wird so geil, wenn wir die Irren machen. Jetzt habt ihr, glaube ich, das schon gegen die Shit. Hab ich? Vom Niklas? Ja, hast du. Oh, bitte. Ich sehe, ob ich mir jetzt den Hellstorm oder so. Hör ein wenig Rang-Pushen ansehen. Ja, aber wovon anfangen. Hör ein wenig Rang-Pushen ansehen. Nö, aber ja. Nö, aber ja. Ey, bitte. Ich will den spielen. Bitte. Spiele ich jetzt gegen Hellstorm oder gegen... Den, den. Den, den. Den Niklas. Den Niklas. Okay. Der ist... Der ist... Mann, der ist schon wieder bei dir. Was ist das für ein Scheiß? Das Spiel ist einfach low. Ja, genau. Ja, genau. Guck mal, wo können wir da nicht rein? Wo? Im Geht nach dem können wir... Der rein geht rein. Wo ist Kronos? Wo ist Kronos? Ne Ahnung. Schrei mal, wenn du mit deinem Zeitarton kennst du da immer wenn. Ich muss kurz noch ein bisschen nach oben scrollen. Ja. Okay. Ein bisschen Rang-Pushen. Ich glaub die Tyler, denn du bist M&T. Ich weiß nicht warum. Na, ich muss ihm erst folgen. Egal, so. Oh mein Gott. Gens, du Gamer-Leertaste, Ben-Leertaste. 2.000. Ja, ja, sorry. Die versteht das schon. Der versteht das schon. Ich glaub, der kennt dich nicht mehr. Ja, anscheinend kennt die mehr. Jungen, der versteht. Lesen sie den Chat überhaupt? Ich bin nicht 5 Jahre alt und stummig bei jeder Scheiß. TvB-Fan. Ja, klar. Gamer-Bene. Gamer-Bene. Ja. Gamer-Bene. 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 Ich kenn mich nicht. Der Bre kennt mich einfach nicht. Was ist er denn für ein Level? Was fällts ich auch jetzt? Gefühlt die gesamte Warwis Community kennt mich. Und for real die ganze. Gamer-Bene. Ich kenn ein Gefühl keinen, der mich auf EU nicht kennt. Gamer-Bene. Blushwin. Der ist ja fast dieser Silberne Adler. Ja, okay, dann ist das klar. Da ist viele NA-Spieler kennen mich. Selbstwünschspieler, Xbox-Spieler kennen mich. Ich würde mitlappen schreien Na ehrlich, ne? Oh, mimimi Ich wollte von Herahamsskull Pass auf, pass auf Schreib mal Tenso vor, Sotty. So. Wir haben jetzt auch nur Werbung. Ja, klar. Aber dann sieht er auch deinen Livestream, du Opfer. Ja, das ist egal. Ja, aber... Ja, ne? Hyperdelete. Ich hab ihm aber gesagt, dass er so... Oh, der ist zufällig live, ich trug mal drauf. Ja, war irgendwie klar. Er weiß ja nicht, wie man das ausspricht, in the moments. Aua. Er weiß ja auch nicht, wie man meinen Namen ausspricht. Gamer-Bene. 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 Und welchen Schiff? Shit, scheiße. Spielt der Team Rapidfire? Nein, der kann man so spielen. Ich bin zwar selber gerade mega scheiße, aber... Wer gewinnst du hier? Er schickt gerade 1-1, aber... Naja. Gamer-Bene. Absurd nenne ich sie so. Absurd nenne ich sie so. Ich glaube ich gehe auf Medic. Ich muss ja immer noch ein paar Aufgaben machen dort. Silence. Schon 500. Shotgun-Kiss. Nee, nicht mal mehr 500. Irgendwie noch. 400... 400... 400... Sind gar nicht mal so viele. Ja, nicht so viel, ne? Nein, das ist... Ich stehe halt da 1-3. Aber, hä? Nee. Nee, wir gehen alle hier da. Jo, er spielt Rapidfire, der Mate. Äh, der andere von denen spielt auch Rapidfire. Sind mir sicher. Oh! Nein, ich spiele 1-Tap, aber den anderen... Okay. Der ist links, rechts, rechts, sind drei Leute. Den ist einer. Nee, Rapidfire regelt von ihm. Es haben zwei oder drei Leute jetzt von uns Rapidfire an. Bei denen hat einer mindestens. Dieser Doku. Der, der die Hiram spielt. Ja, Rapidfire ist ja normal, ne? Ja, natürlich. Hat ja heutzutage jeder. Hä, der Rom ging jetzt rein. . Der Kam im Sport. Hä, ich bin mehr als nur tot. hey, du schießt 0-2. Das ist schon immer so schwer Boah, ey, mach das Stell dir vor, Cobinho spielt jetzt auch noch Rapid Fire Mit einer Auto-Waffe Die nicht mal schnell schiebt Ey, die Waffe ist doch doch scheiße Ne, sie geht eigentlich Sollen wir die spielen? Ne Hat er noch was zu mir gesagt? Auf jeden Fall Ey, Yone, der ist... Ne, ich fühle dich ihn gerett Ich bin nicht möglich 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 Nein, ne? Mach's auf jeden Fall gut Ich hab grad drei Revives die Runde gemacht Medic ist halt für Revives da Die geile Dirt macht zwar Naja Gibt mal so viele Revives und gar keine Kills Aber hey Aber hey Ey, ne, 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 ne Der P2 von mir Fetten müssen Von mir Ich auch, keine Sorge Oh, 05 Oh mein Gott Was ein... Ich verliere Mach mich, nein, mach mich Naja, du bist uns safe Bro, mate! Wie scheiße du bist! Mate! B, Z, Y, Y, 0, PL Wie kannst du denn so scheiße sein? Ja, die Feuer Ja, das stimmt auch wieder Äh, verlassener Anschein... Ja, warum hast du verlassen? Ich fange 06 Ist doch scheißegal Ne Ne Good to see That you're back, Ben Oh yeah, Bowson Oh yeah Wann kommt der denn, Luca? Äh, der wollte schon kommen Habe ihn abgelehnt Weil wir da gerade mit Dingser gespielt haben Er ist die hellste Ja Wir haben drei Wunden in Spiel 2 verloren Äh, what are you doing? Bowson, right now Oh, would you ever come back to Warface? Like me Hey, lass mal mit diesem Dingser da spielen Aber, ähm, Niklas Hehehe Ja, ich kann nicht enden Ich kann nicht enden Er hat seine Freundschaft anfahrt und den ist aus Ich kann nicht enden Oh Ja, dann schreie auf den live stream Näh, der kennt mich Schreib du Was für der kennt dich! Er kennt meinen Namen! Kennt ihr auch deinen Playstation Namen? Ja! Vollzeug, Mann! Ich hab den hundertmal gespielt und hab immer in Tibet I've been very busy I don't know whether I will be back I stopped after he stopped playing Ah, yeah That's very bad Dann saht man der doll nicht able I would like to play with you, Ben Die sind beide Scenarios, Ben Ja, ich weiß Warte passen I don't really like them 60% Sprinty Sprinty, schreib Gamer, Ben Und Sotty Warum? Das ist ja noch cringe als mit Helster Ja, egal Ich spinne eine Runde Ja, das ist nichts special Ich meine AK12 Boxes Dann Schiappa Boxes Ich habe 36 Euros 3600 Credits in das When it first came out Didn't get it Dann A&B Boxes Dribbler Boxes Chris Custom 2000 Credits Dann K7 Gold Gold G28 Oh, der Heater Eizt pro hat 0x7 Dann der Dold F90 Was ist mit Scheng? Nein Der Heater ist Pro Und auch die Kugel von Battlepass Ich meine, es gibt keine Boxes In diesem Battlepass Aber Du bekommst die F90 auf Level 5 Ich meine, du braucht 900 Battlepass Points für einen Level. Der beste Weg ist PVE. So, ja. Good luck with that. Dann Mech 7. Level 10. Dann ACR CQB Customs. Level 15. Dann Boschmaster. On 20. Dann Zegra LMG. On 25. Dann Contract. For Level 30. The Contracts are. Literally identical to these Contracts here. Just with 10. Steps. Not 11. 7 out of 10 for the Rathomel. 4 out of 10 for Medic. I'm doing this one right now. Because that's the only gun I don't have from these Contracts. So you will get the Bren. The Chiapa. M for Custom. And SV98. Yeah. I don't play Rathomel. Snapper. I know. Then there is Level 35. I mean that's only Parasite skin. But still. Then the IWI Carmel. It's literally the most OP. Rifleman weapon. Except for Howa and the AK-12. Then there is a skin for it. And then the. The Skins. Yep. I know. Uh. 1000 Credits. And you don't get the Credits back. From the Battle Pass. And people are still complaining about the Battle Pass. That it's too expensive. And you don't get the Credits back. Even though you get a 20. Uh. 2000 Credits. Weapon on Level 5. Haha. And another one. On Level 10. And another one. And nah. Not another one. I mean. Contract weapon on. Level 15. And another 2000 Credits. Weapon on Level 20. And a free to play weapon. On PC. At least. Uh. For Level 25. Then Contracts. Yeah. For 20. Uh. 2000 Credits. Weapon. Each. Like at least. 80. For that. But of course. Uh. Then the IWI Carmel. Haha. Uh. Which is. Like. 20. Buck weapon as well. Haha. And then there are skins. Like I said. With 20. Uh. I mean. Sixty percent. Yes. Lobby band. We must do it. Yeah. Do it. Do it. I know. I know. But that's the whole race. But like I said. People still complain about the battle pass. That it's too expensive. And you don't get the chance back. Haha. I don't. Why? They are too bad. Haha. Did they play the game? Yeah. I have. Oh yeah. Okay. Uh. You wanna see me play off the karma. Okay. They're too bad. Yeah. They're still not. ich bin level 12 wie lange spät ihr in das spiel? hast du ein Leben? ja ich hab halt pve gespielt ach so familie? ja hab ich auch so denn die sieht auch um dich es hat dieses special rail grip reloads nicht decreased ist ziemlich schnell ich habe ca 40% auch uh you should every time use the silence on it i mean it only decreases by 5% and so much better i know slightly decreases recoil shayek uh that doesn't really matter you have no recoil and then improve spread you can use the blue dot on it i don't really like it though i'm more used to the red dot how far are you bro? i'm pretty good man we're in the end of the game they are in the end of the game are they already in a round? or not? yeah oh that breaks so fast that's why i shoot on it i mean you can see the recoil right now yeah right now do they have the recoil? yeah but they don't join in the spiel where the spiel is okay the recoil pattern is like that basically goes straight up the recoil pattern is like that he does not see if he works what a DNE-banders game is yeah I'm gonna go can't even try the on don't know you know how the game works absolutely how the game works amazing is that how the game works yeah you did that yeah pretty much pretty much first yeah die sind in einem spiel ja das machen sie jetzt right now i have 155.000 kills in pvp on this account and 98.000 headshots that's like sixty five percent headshot ratio dann brechen wir meine aus 11.000 ja das ja ja weiter wie vielleicht hast du 36.000 36.000 du hast eine headshot rate von 32,4 prozent der voll gute wir wollen hier free for all spielen ja ne are raynix and foreplay still active foreplay not but gaynix yeah it's it's gaynix it's still active okay blitzen 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 da sag sie ich glaube die mögen mich also zumindest noch nie spots alle von denen weil naja ich bin in deren gruppe als shadow member prinzipiell ich bleib zu meinem clan aber naja was soll ich sagen warum denn der dinder der luker gar nicht so ich hab doch gesagt er hat neun pvp schon immer ich weiß naja keine ahnung wenn ich versuche nicht mal zu gewinnen da auch das versuchte verlässt und dann gibt es gar keinen bock wer doch so wird er es da nicht ich auch du ich versuche nicht erst zu werden und du spielst wahrscheinlich goldener katze ja dann war ich nicht auch nicht viel besser ich weiß aber immerhin brauchst du ein bisschen in der ersten glanzer katze naja ne 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 das stimmt absolut nicht nein nein oh ja only one is alive again digit digit ah see that nubix cheat it's it's uh raynix but nubix i call it gaynix i mean it fits more nubix cheat digit free for all round start ohja das ergibt es dann die bekommt man von den contracts das ohne Likewise die h Meine Hatshots sind nicht Connecting Get it! Warne Ich bin nicht so gut nicht so much ich meine, sure, es ist OP ich weiß ach, so viel ach, so viel der, 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 der der, der, der Wieso bin ich eigentlich der erste? Ich bin mal ernst. Kein bisschen. Ich bin mal ernst. ja 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 Ja, hinter mir und vor mir, geil. Nein, meine Waffe auf. Ich kann das nicht. Wie kann 3 fallen so smooth? Das ist ein Miracle. Niemand hat die Klasse. Wir haben niemanden, und dann... ...reconnecten. Usually, es ist nicht das. Usually, es ist 100x worse. Ich meine, sie hat die Lacken und rankt... ...wenn jemanden disconnects. At least sie hat die Lacken. Was machst du eigentlich da so weit unten? Vierter Platz? Was machst du? Du bist doch gar nicht so schlecht. Wo ist das? Ich mache nur einen Arm beutsch��. Was denkst du nicht? Kekz, hey... Wer hat mit einem Arm beutschämt? Was ist das? Hast du mich überhaupt schon einmal geholt? Einmal, ne? Ich weiß nicht mal wieso ich gewonnen habe Das hast du nie ja die Brühe Aua Ach ich will diese Waffen nicht spielen Ich will irgendwas anderes spielen Geht so, mir gehts gut Nimmt ihr so? 9 in 1 Headshots Band ist aber sehr schwach Naja ich weiß, tut mir leid In close range kann ich halt nicht so Auf den Kopf gehen, wenn der Gegner Springt und ich slide Ich geh essen, tschüss Nein, geh doch nicht essen Ich brauche dich nach Nö Ich brauche dich Du bist für Unterhaltung da Ja ok, 2 Freefall Ich habe selber Unterhaltung Ja ja, warte 20 Minuten, okay ja ja, machst du schon Ich habe gar keinen Bock darauf Du bist ja immer selber zu fallen, ich muten werde alle Auch Lenner Ich kenne Was denkst du über Terminatwerk 168 in dieser neuen Clan? Du menn Ajan? oder Ajaan es ist ziemlich gut ich denke in Ajaan ein paar Hacklestros so ja ich weiß es okay oh everyone left ich weiß Vielen Dank. I'm so lonely. Okay. Free for all. Round start. Round start. Oh. Oh ja! Because he was losing, now he needs to play Hauer, of course. Because he is the bot. Oh my God. Ich weiß nicht, warum der Hatscher nicht connect ist. Oh! No scope. Nice. He picked up a gun. Hehe. Hehehe. Soll ich auch schnell die Funktion machen? Nee, nee, das sind Fake-Abonate. Die gehen nachher wieder weg. Oh. Okay. Oh. Okay. Wenn so viele Leute so schnell hintereinander abonnieren, gehen die direkt hintereinander und dann nichts mehr passiert, dann gehen die nach einer Seite weg. Leider. Ich habe ja selber mal irgendwie 10 Accounts oder so für einen Freund gemacht. Und dann alle nachher weg. Und einer meiner Abonnenten hat auch sieben Accounts mich abonniert und sieben Accounts. Die sind alle nachher weg. Wenn du ihn bitte auch zogen. Ich weiß nicht, ob es ist. Das ist ganz nett. Ich hoffe, es gibt. Ich will es zuprobieren. Ich werde es versuchen. Next game. Ich werde es versuchen. Nein. Okay. Ich werde es versuchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ja. Das war's für heute. Oh, ja. 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 Oh, ja.